Oh f**k Hey Freunde, Fixier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Ender Games Es geht direkt los, ich habe ein bisschen geschlafen Ähm, so Boah, Alter, ich bin fast runtergelaufen Da drüben gibt es noch eine Kiste Ähm, alter, f**k man So, wir haben hier eine Ender Perle Und wir haben noch ein paar so Dinger Okay, dann, ähm, ich mache mir erstmal eine Angel Angel ist schon ziemlich wichtig Oder ziemlich gut auf jeden Fall So, zack, zack, zack Eine Angel, bitteschön, für mich Okay Oh, willst du mich verarschen? Ah, da ist es Ich habe schon gedacht, ey So, so Zwei, perfekt Okay, wir haben eine Angel Ähm, falls sich jemand mit uns anlegen will Ich angel dich runter, mein Freund Okay Kommt der zu mir? So, was mache ich jetzt am besten? Was habe ich denn noch? Ich habe noch eine Ender Perle Ich könnte mich Zu ihm rüberschmeißen Und ihn töten Nein Ja, okay, er ist tot Ich hoffe, ich kriege den Kill Aber ich denke mal nicht Doch, ich habe den Kill bekommen Nice Okay, sehr schön Dann gehe ich da rüber Die haben gerade gekämpft Da geht es direkt weiter Mit Fighten Ich will deinen Brustpanzer haben Alter Ja, genau Wie viel Leben hatte denn der? Hey Freunde, Fix hier Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Wars Es geht direkt hier los Ich habe ein bisschen geschlafen Ähm So Tag, tag So, sehr schön Und ähm Wo ist die nächste Kiste? Hier eine Axt Die brauche ich eigentlich nicht Ein Steinschwert brauche ich auch nicht Ein Spinnennetz Gibt es hier vielleicht irgendwo noch ein zweites Das wäre eigentlich ganz nice Vielleicht auf dem Baum oder so Schade Schade Ich hätte schon Boah, Eisenschutz 2 ist besser als meine So, ich hätte schon gern Ein besseres Schwert Oder eine Angel Aber egal Dann gehen wir so schnell wie möglich Hier zum Gegner rüber 10 Sekunden haben wir noch 3 Sekunden Okay Scheiße Wir müssen uns beeilen Wir müssen uns sehr beeilen Ähm Entweder ist hier keiner Oder der ist noch unten Komm, 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 komm Okay Ja Was? Wo kommt der denn her? Oh Gott, Alter Was ist denn da los? Wo ist denn der hergekommen? Von da oder? Hä? Alter, der hat sich hergeworfen, glaube ich So, Federfall 3 Schuhe Nice Ich habe eine Schärfe 1 Nice, Alter Dankeschön Danke für die guten Schuhe So Boah, ich kann mir eine Angel bauen Alter, wo ist denn der hergekommen? Ich weiß vielleicht nicht, wo der Wo der auf einmal aufgetaucht ist So, ich gehe mal hier nach unten Ähm So, ich kann mir eine Angel bauen Dann mache ich das direkt Komm schon Angel Angel los Okay, dann mache ich die Angel auf die 2 Lava einmal auf die 4 Das kommt da raus So, so, so Perfekt, alles klar Ich könnte natürlich Ich mache jetzt auch Mach ich auch So Ich mache mir noch eine Spitzhacke Und nehme mal die ganzen Dias hier mit So, komm schon Ähm Vielleicht kriegen wir sogar eine Brust zusammen Alter, wie viele Dias sind denn hier? Drei Drei Vier Fünf Ähm Sechs Sieben Okay, dann Acht Acht Dias sind hier Ich kann mir einen Diabustpanzer machen So Tada Nice, Alter Sehr schön Ich mache mir einen Diabustpanzer Und dann haben wir jetzt auch noch bessere Rüstung Perfekt Ey, das gefällt mir richtig gut Ähm Dann packe ich mir mal das Fleisch noch hier rein Und jetzt ist die Frage Wo sind die nächsten Gegner? Da drüben ist jemand Ich habe nur Angst, dass er eine Angel hat Ähm Ja, hat er Ich habe es gesehen Okay, dann gehe ich mal hier hoch Schnell Äh, wo er mich mit der Angel nicht erwischt Und dann gehe ich von oben über seinen Baum rüber Komm, 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 komm Alter, ich kann schon fast springen eigentlich So, das kann ich eigentlich schon springen Nice Okay, ist der jetzt abgehauen? Ist der da rüber gegangen? Okay, scheiße Ich habe keinen Kompass Ich weiß nicht, ob der da ist oder nicht Ich schaue einfach mal runter Okay Da drüben ist auf jeden Fall einer Ich weiß nicht, ob hier einer ist Ich bin auf alles gespannt Okay, schade Ist nicht da Verdammt Okay, dann muss ich mal gucken Ähm Wie ich jetzt da rüber komme Oder ist der da oben irgendwo? Aber ich höre auch nichts Ich glaube mal, er hat sich mit der Enderperle da rüber geworfen Oh, ich habe so Angst, dass der eine Angel hat Und mich jetzt runterschmeißt Oh nein, du schmeißt mich nicht runter Oh, er bemerkt mich nicht mal Komm, 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 komm Schnell Oh, Alter Okay, hat er eine Angel? Ich weiß es nicht Doch, hat er Flieg Nice Okay, wir haben ihn Oh, wir haben ihn tot Okay, sehr schön Jetzt die Frage, wo der andere Gegner ist Hacker Alles klar, ne? Ähm Noch zwei Stück Leben Okay, hier gibt es auch keine Kiste mehr Was brauche ich denn noch? Habe ich noch irgendwas? Ich weiß halt nicht, wo die Gegner sind Ich bräuchte halt einen Kompass Das wäre schon Wäre schon gut, ey Ich kann mich natürlich überall hinbauen, aber Ich gehe jetzt mal hier hoch Erstmal Da bin ich ein bisschen sicherer Und, ähm, vielleicht sehe ich irgendwo einen Gegner Aber man kann auch nicht so weit schauen, ey Das nervt mich auch ein bisschen Achso, über den Baum drüber gehen ist schon gut, ey Muss ich schon sagen Da ist man ein bisschen so aus der Reichweite von den Angeln Und, ähm Auch so ein bisschen Keine Ahnung Weg von den Gegnern Da vorne baut sich jemand in die Mitte Alles klar Äh Ist hier jemand auf der Base? Ich muss ja mal gucken, ne? Nicht, dass er mich von hinten überrascht, wenn ich mich hier rüber baue Okay, ich habe schon mal einen Einen sehe ich schon mal Sehr gut Okay, jetzt die Frage noch, wo der andere ist Komme ich hier rüber? Ich schaue mal, ob hier einer ist Ne, da ist keiner Oh Mann, ich brauche einen Kompass, ey Naja, wenn die leer ist, dann ist unten wahrscheinlich auch leer So, ich baue mich schnell hier rüber Ich habe so Angst, ey Ich weiß nicht, wo der andere ist Das macht mich ein bisschen Macht mich ein bisschen ängstlich, ja Okay, wenn der in die Mitte geht Hat der auch nicht so viel bessere Sachen wie ich Okay, vielleicht haben wir unten einen Kompass, wenn wir Glück haben Kampschert, Kompass Ja, komm Ne Scheiße Kompass selber bauen Ich überlege gerade, wie es geht Ich glaube, Redstone, Eisen und irgendwas anderes brauchen wir auch noch Ich weiß, brauchen wir dafür ein Tier? Ne, ich glaube nicht Aber ich weiß nicht genau, wie es geht, einen Kompass selber zu bauen Okay, vielleicht haben wir hier einen Kompass Nö Oben vielleicht Komm schon, bitte Kompass, ja Ja, nein, vielleicht Doch Oh, ne, schade Okay, auf jeden Fall Ist einer in der Mitte Und Der andere weiß ich nicht Da vorne ist der andere Okay Ich hole mir erstmal den da vorne Bevor ich mir den in der Mitte hole So, 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 so Der erwartet mich, glaube ich, nicht Wo baut er sich? Ist er oben? Oh man, ich weiß nicht, wo er ist Er ist bestimmt über mir Okay, schau mal hier Ah, da vorne ist er Okay, alles klar Hui, ey Macht er mir Angst, Alter So, der in der Mitte ist immer noch in der Mitte Der da drüben ist jetzt unten Okay Los, Lava Fließ Äh, hat der einen Disconnect oder was? Okay, er ist tot What? Warum ist der tot, Alter? Oh, der kommt schnell Nein, 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 nein Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen Nein Ich hänge fest Nein, verdammt Oh, ich hätte ihn jetzt runterangeln können Scheiße Okay, ich lasse ihn am Äh, ich lasse ihn am besten kommen Zoro, let's play Na, Zoro, alles klar bei dir? Du hast bestimmt Hast du Hast du Eiers So, ich komme dann mal, ne? Ich komme dann mal ein bisschen zu dir Kann man auf jeden Fall so machen Oh, Mann, Alter Der ist wahrscheinlich voll verzaubert Okay, der hat TNT gesetzt Ciao Ne, wir sehen uns Nice, und jetzt, was wir zu machen? Ich packe mir mal das auf die 2 Komm, schmeiß ne Enderperle, wenn du dich traust Los Ich gehe mal auf den Baum hoch Oh, ich habe nicht mehr so viele Blöcke Das ist mein Problem Ähm So, ja, das ist echt ein bisschen scheiße, ne? Ich renne mal weg einfach Ich hoffe einfach, er kommt hinterher Und dann, keine Ahnung, renne ich einfach mal weg Vielleicht baut er sich ja rüber oder so So, tschüss, wir sehen uns Auf Wiedersehen Er baut sich nach oben Da habe ich noch ein paar Blöcke mehr Und, ähm Oh, ich kann den seine Sachen eigentlich aufheben Hat der irgendwas Gutes gehabt? Schade Äh, oh, ein Goldapfel Das ist schon mal gut Äh, zwei So Okay, schade Der hatte nicht so gute Sachen Wobei, der hatte viel TNT Und ein Feuerzeug Okay Kommt der jetzt her? Ich weiß es nicht Der geht über den Baum Ist er schon da? Er ist schon drüben bei mir Okay, sehr gut Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht Ich glaube, er hat mich nicht gesehen Oh Mann, Alter Was willst du machen, hm? Mein Freund Komm doch her Komm, rennt doch hier rüber Du siehst mich eh nicht Wahrscheinlich sieht man mich jetzt voll krass vom Ding her Oh Gott Wenn er kommt Dann will ich lieber nicht im R5-Moto sein Okay, ich frage mich, ob er Was er macht Oh Mann, Alter Jetzt wird es auch noch dunkel, ne? Ich überlege gerade, was ich machen soll Ich baue mich mal hier hoch Komm, 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 komm Nein Oh nein Nein Stimmt Nein, 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 nein Oh Gott Ich habe ihn mitgeheilt Er hat mich auch mitgeheilt Oh, er brennt, er brennt Er, Mann Mann Ich hasse es Nein, ich habe verloren, Alter Schade, schade Ich, oh, zur Zeit Ich komme immer mit der Scheiß-Tastaturbeleberung Irgendwie durcheinander Ich klick ein Ding Ich wollte ihn auf dem Lava-Eimer Hat den Scheiß-Gold-Apfel in der Hand Ich weiß nicht Ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe Wenn ihr irgendeine Scheiß-Tastaturbelegung kennt Schreibt sie mal in die Kommentare Wie man irgendwie besser zurechtkommt oder so Wird mir auf jeden Fall helfen Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen runter Abonniert, um nichts mehr zu verpassen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge In Minecraft Ich sage einfach nur noch Tschüss Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Untertitelung des ZDF, 2020